Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Prognose. Heute geht es wirklich darum, warum du genervt bist, warum du ein dünnes Nervenkostüm hast, warum du enorm unter Druck stehst und wir schauen uns das heute gleich astrologisch an und eventuell auch, wie du da rauskommen kannst. Denn wir haben momentan eine sehr geballte Konstellation am Sternenhimmel, am Firmament und das werden wir in diesem Video behandeln. Aber zuerst, bevor wir dazu kommen, zuerst einmal ein riesiges, riesiges Dankeschön an dich, wenn du zuschaust, wenn du Teil der Community bist, wenn du den Kanal abonniert hast. Gestern ist es gelungen, ich habe über die 3000 Abonnenten und ich bin wirklich, wirklich irrsinnig froh und dankbar, dass der Kanal so wächst und der wächst so dank dir, also dank deinen Likes, dank des Teilens der Videos, dank deiner Kommentare. Das sagt alles, YouTube-Hate, das ist cool, das ist interessant und dann sehen immer mehr Leute diese Videos. Und ich versuche ja natürlich mit diesen Videos dich zu unterstützen und alle anderen zu unterstützen, dass die gut durch diese krisenhafte Zeit kommen, ob das jetzt mit Meditationen ist oder mit so Astro-Videos wie diesem hier. Also vielen Dank und weiter so und ich hoffe, demnächst jubeln wir dann über die 4000 Abonnenten. Zu diesem Anlass auch noch gleich Werbung in eigener Sache, die Horoskop-Aktion. Wenn du wissen möchtest, wie dein Jahr 2024 wird, deine Transite, deine astrologischen Auslösungen oder eine astrologische Prognose deiner Lebensthemen haben möchtest, dann kannst du diese jetzt zum Aktionspreis bei mir bestellen. Link findest du unten oder eben auf meiner Homepage kannst du auch schauen. Da kostet diese Analyse jetzt nur 25 Euro. Ganz einfach bestellen und ich schicke dir dann die Analyse zu. Dazu brauche ich Geburtszeit, Geburtsort, Geburtsdatum und dann erstelle ich dir einfach mal so eine Analyse. Okay, aber jetzt schauen wir zum aktuellen Thema. Und heute schauen wir uns den Uranus an. Aber Pluto ist auch dabei. Also wir haben wirklich geballte Kräfte plus Mars, plus Sonne, plus Mond. Also wir haben einige Spieler am kosmischen Firmament, die uns ganz schön einheizen. Und zwar zuerst ist einmal wahrzunehmen und nachzuvollziehen, was macht denn Uranus? Du hast es schon gehört, Uranus im Stier. Wenn ich es ganz profan, ganz weltlich deute, bedeutet Uranus die Transformation der Materie, der Werte, des Wertesystems. Auch die Transformation des Eigenwerts. Also das ist so ganz, 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 ganz erdig interpretiert. Und wenn man aber eine weitere Interpretationsmöglichkeit sich anschaut von Uranus im Stier, dann ist der Uranus verantwortlich fürs Nervensystem, fürs Rückenmark, für die feinen Nervenbahnen. Und Uranus im Stier heißt dann einfach auch, okay, das ist das Nervensystem des Körpers, des Verkörperlichten, also deines Leibs, also deines physischen Leibs. Also auf gut Deutsch, dein Nervensystem. Und dieses Nervensystem ist ganz schön unter Druck und gerät auch immer wieder unter kosmischen Druck. Aber gerade haben wir eine Zeit, wo es besonders blitzt, sage ich jetzt mal. Und dieses Blitzen rührt daher, dass wir eine Sonne im Skorpion stehen haben. Natürlich, wir haben jetzt Skorpionzeit, das heißt, wir haben eine plutonische Sonne. Wir haben Transformation, Stirb und Werde, Macht und Unmacht. Wir haben ganz große Themen, so von der Sonne her beleuchtet. Und die hat gerade eine Konjunktion mit dem Mars. Das heißt, auf die Sonne, auf die Lebensenergie kommt noch einmal Energie drauf. Also reine, pure Kraft, pure Durchsetzungskraft. Und im Skorpion, also Mars, Pluto, ist Stirb und Werde. Das ist das Kämpfen ums Prinzip, das ist die Aggression, das ist Gewalt, das ist ganz viel Dynamik, aber auch viel Energie, um etwas zum Positiven zu wenden. Also wir haben da ganz viel plutonische Energie und die schießt jetzt in einer Opposition. Skorpion und Stier sind ja gegensätzliche Prinzipien. Das heißt, das Skorpion ist die Anti-Materie, ist eigentlich das Anti-Leben. Das heißt, die Auflösung oder Transformation des Lebens, so wie man es kennt. So kann man das auch deuten. Also das ist die Opposition. Stier, die Materie, der Körper, der Leib und eben das Geistige, diese fixe Vorstellung, das fixe Prinzip mit dem Pluto, mit dem Skorpion. Und da haben wir jetzt die Opposition Mars, Sonne, auf den Uranus hin. Und Uranus Mars ist ja die Revolution, ist die Explosion, ist die plötzliche Energie, ist das Freiwerden von Energie, von Kraft. Und da kann es wirklich sein, dass man fast so eine Art Nervenzusammenbruch, eine Art Hyperaktivität auch erleben kann, dass man wirklich angespannt ist, dass man nervös ist, dass man dünnhäutiger wird, dass einem Sachen viel, viel näher gehen und sich einfressen in einen selbst, dass man eben wirklich gereizt ist und überreizt ist, dass einem etwas zu viel ist, dass ich das Gefühl habe, ich will das Licht jetzt nicht sehen, das Licht abdrehen oder Hände einmal weg tun, dass man wirklich überreizt ist. Das ist die Überreizung des Systems. Und aus dieser transformativen Energie Pluto, also Sonne und Mars im Blut, also in Skorpion, also plutonisch geladen, auf den Uranus in Stier hin, bedeutet das einfach nur, dass es einfach auch so dieses Selektive ist. Das heißt, überleg dir ganz genau, mit was möchtest du dich umgeben, mit was möchtest du dich beschäftigen, was ist denn wirklich notwendig und alles andere soll wegfallen, soll sterben, soll sich transformieren. Also da haben wir jetzt einfach das Nervensystem par excellence unter Beschuss in dieser Oppositionsenergie. Aber natürlich bleiben wir nicht nur beim körperlichen, beim Nervensystem, sondern wir haben auch Pluto, der da mitspielt. Und der Pluto steht ja gerade wieder im Steinbock und der haut uns ein Quadrat zum Mond hin. Und der Mond steht auch an der Schwelle, wie du siehst, da zum Skorpion rein. Also auch der Mond ist gerade in einem Modus, wo man sagt, okay, die Gefühle sollen sich transformieren. Das sind eben sehr tief liegende, oft so Gefühle, Emotionen, die sich da rühren können. Also alte Dinge, die da aufgewühlt werden, die da an die Oberfläche kommen und die dann vielleicht erlöst werden wollen. Und der Pluto erinnert uns auch daran. Also Pluto, Steinbock, das können so Familienthemen sein, die oft auch schon von der Großelterngeneration in einem Familiensystem geschwählt haben oder gesteckt sind, dass sich da einfach eine Häutung, eine Transformation ergibt und auch ein gewisser Druck auf das Emotionale noch dazukommt. Das heißt, wir haben diese explosive Kraft im physischen, im Nervensystem, Nervosität, Zittern, vielleicht einmal das Gefühl, kurzatmig zu werden, zu schnaufen, fast wie Panikattacken kann das sein. Oder Kopfweh, Überspannung im Kopf. Das kann natürlich auch über das Nervensystem Nervenschmerzen sein, dass da irgendwas mal wehtut plötzlich. Und dann kommt eben der Mond dazu, Mond Pluto mit einem Quadrat, wo eben wirklich auch, wo man sich frustriert fühlt. Man fühlt sich da einfach frustriert, man fühlt sich da vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt, ein bisschen mutlos, ein bisschen perspektivenlos. Also das kann da schon passieren. Und was auch noch dazukommt, allerdings in einer unterstützenden Energie auf den Mond, ist der Saturn. Und der Saturn steht jetzt so in den Fischen drinnen und der macht ein Trigon zum Mond hin. Und Saturn mahnt uns ja eigentlich zu einer Struktur und in den Fischen, er beginnt zwar gerade erst mit dem Fisch, aber da mahnt er uns natürlich zu einer gewissen spirituellen Struktur, auch einer gewissen inneren Klarheit. Mach dir klar, wer du in dir bist. Wer bist du wirklich? Wer bist du in dir drinnen? Wer bist du jenseits von Nervosität? Wer bist du jenseits des Leidensdrucks? Wo ist der Teil jenseits des Leidensdrucks? Wo kannst du denn Klarheit und auch eine gewisse Struktur jetzt finden? Gerade wo alles auf und ab geht, wo alles im Fließen ist, wo alles in der Luft fliegt und wahnsinnig in Bewegung ist. Wo findest du da deine Struktur, deine Klarheit? Und das ist die aktuelle Aufgabe. Das ist die jetzige aktuelle Aufgabe in diesem 11.11. Faschingsbeginn haben wir an diesem Tag. Also es ist eine enorm geladene Position. Und ich wollte dir einfach in diesem Video jetzt noch einmal klar machen, bitte, wenn du genervt bist, wenn du das Gefühl hast, du bist überreizt, dann komm zur Ruhe, komm in deine Klarheit rein, schau einfach mal, dass du wirklich Dinge abschaltest. Also alles, was dich bewält, was dich nervt, soziale Medien, dreh das Zeugs einfach mal ab, mach ein bisschen Pause, mach ein bisschen, mach ein bisschen, wie sagt man, digitales Detox. Das wäre dann eine gute Sache in dieser Zeit, weil momentan ist eben das Nervensystem enormst belastet. In der positiven Form kann man natürlich auch sagen, es ist halt extrem viel Kraft auch da. Und wenn man sagt, okay, der Uranus strahlt jetzt rauf zu Sonne in Skorpion, kehren wir es mal um. Das Nervensystem pusht da jetzt drauf. Von dem, wo du genervt bist, kannst du das jetzt sehr gut ändern. Du kannst es ändern, du kannst in eine Transformation, du kannst in eine Kraft reinkommen. Und du kannst es jetzt ja auch nochmal so sehen, wir haben Stier ist gleich Venus, wir haben Venus Uranus, wir haben Venus Uranus und Mars, Sonne Opposition. Und das ist natürlich auch der Brennpunkt Partnerschaft noch einmal. Also wenn man das so deutet, männlich, weiblich Partnerschaft, transformiere deine Partnerschaft, schau einfach, was passt da zu dir, was passt nicht zu dir. Häute dich auch in diesem Augenblick, was dich da nervt, was dich einschränkt, was dich klein hält, wo du unter Druck gerätst. Also das sind super Zeiten, das alles so zu bearbeiten und auch da wirklich in dich zu kommen, in deine Kraft zu kommen. Ja, das wäre es eigentlich für heute. Also mit einer eindringlichen, nennen wir es nicht Warnung, nennen wir es Erinnerung. Es ist gerade wirklich eine schwere Zeit. Du drehst nicht durch. Also sage ich jetzt mal pauschal, so in den digitalen Äther. Wenn du das Gefühl hast, durchzudrehen, schnaufe mal durch und schau mal, das sollte sich eigentlich widersetzen, weil es ist jetzt gerade so dieser Höhepunkt, dieser Brennpunkt, dieses enorm überreizten, genervten. Es kann auch eine positive Überreizung sein. Das heißt nicht, dass das unbedingt schlecht sein muss. Also wie gesagt, wir haben einen Schmelztiegel, wir haben einen Brennpunkt, wir haben unglaublich viel Energie. Und ich wünsche dir jetzt für diese Zeit und auch eben für Uranus im Stier auch noch mit der Analogie Nervensystem alles, alles Gute. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns demnächst wieder. Teil das Video, abonnier den Kanal, lass ein Like da. Du kennst es ja und ich freue mich, wie gesagt, auf ein baldiges Wiedersehen. Entweder live bei mir in der Praxis im wunderschönen Linz oder per Zoom oder vielleicht auch mal bei einem Workshop, bei einer Ausbildung. Schau einfach mal auf meine Homepage. Da sind jetzt immer mehr und mehr die neuen Angebote für Ende des Jahres. Da kommen tolle Sachen, also ein bisschen dranbleiben. Und wenn du Interesse hast an deinen Jahresthemen 2024, wo wirklich gut drinsteht, was hast du für Auslösungen, was kommen für Themen, dann gerne bei mir bestellen. Jetzt zum Aktionspreis. Aus dem wunderschönen Linz, alles Liebe, dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020